Norddeutscher Rundfunk 2021 You're beautiful You're beautiful You're beautiful, it's true I saw your face In a crowded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you You're beautiful You're beautiful You're beautiful, it's true There must be an angel With a smile on her face Uh-huh, come on What you thought I thought I should be with you But it's time to You'll face the truth Warum schon Hallo, 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 stell dich vor Ich bin Alex aus Mannheim Ich bin 31 Jahre alt Schlagzeuglehrer Und auch Musiker Hey Alex, zwei ganz schnelle Gründe Ich finde erstmal, du hast sehr wie James Blunt geklungen am Anfang Also wie jemand, der James Blunt nachsingt Und im Chorus, da war es, weiß ich nicht, ob es die Nerven war, da hattest du heute Probleme Ich hatte das Gefühl, der erste Chorus ist so ein bisschen daneben gegangen Und dann war es für mich so ein bisschen, dass du Probleme hattest, reinzukommen und noch so dein Ding durchzuziehen Und für mich war es so ein bisschen so, als hättest du ein bisschen aufgegeben und hast gedacht, oh, jetzt irgendwie noch schnell da durch Ja, irgendwie durchkommen Ja, kann ich nachvollziehen Okay, gut Ja, auf jeden Fall alles gut Aber ey, trau dich ruhig in Zukunft auch, echt da mal ran an die hohen Sachen Also ich glaube, da darf man nicht so Angst vor haben Mach's einfach mal Vielen Dank fürs Feedback Danke dir Vielen, vielen Dank Sing weiter Sing weiter